Junge, ich kann mir diesem Scheiß nicht umgehen. Wie funktioniert das? Hallöchen, was geht? Es gibt tatsächlich ein paar Leute, die das unterhält, was ich hier mache. Rude. Ups. WTF. Ich musste ja mich erst noch mit den Kontrolls vertraut machen. Er klettert halt nicht. Ich bin mit diesem Spiel so überfordert. Das gibt es doch nicht. Fliegt einfach mal aufs Maul. Oder ich gehe einfach hier hoch. Wie wäre das denn? Das ist kein Assassin's Creed. Bin ich lost oder was ist los? Ich bin der Englisch-Profi. Ja. Ich bin vor allem der... Ich verstehe die Mission-Profi. Ich bin noch gar nicht auf dem richtigen Dach, ne? Ups. Oder das? Ich habe keine Ahnung, wie die aussieht. Warum ist denn das so geheim? Jetzt erst mal vom Dach springen. Let's go, ne? Mach ich natürlich nicht. Vollidiot, Alter. Mann, ich bin aber auch so schlecht. Leute, was soll ich machen? Was ist eher die Sundy-Art? Schlau oder laut? Kinder, mach schlau. Okay. Ich glaube, ich muss aber ein bisschen an die Frauenquote denken. Mehr Frauenquote bei Einbrüchen, Leute. Ich habe doch perfekt eingeparkt. Okay, ich hätte schneller machen sollen. Nein! Fuck, ich hätte schneller machen sollen. Fuck. Oh-oh. Oh-oh. Wie soll ich denn vor der Polizei flüchten? Der Wagen ist so langsam. Scheiße. Ich dachte, ich kann da hochfahren. Ich will doch nur auf die Straße. Yay! Es ist schon traurig, was ich hier abliefe. Bam, 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 bam. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt abknallen sollte. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein Problem, weil ich glaube, die Bullen werden mich jetzt gleich ausschalten. Ich möchte nicht, dass meine Musik mit kriminellen Handlungen in Verbindung gebracht wird. Und das hier ist die schlaue Variante, wie wir das gerade lösen. Das sieht ehrlich gesagt nicht so schlau aus, was ich hier gerade mache. Scheat! Hängen die Bullen ab mit dem langsamen Fahrzeug? Hä, der Typ ist gerade viel schneller mitgefahren. Hey, lol! Muss ich, glaube ich, wieder aufs Dach, ne? Junge! Mann! Du Spaß! Es hat es schon wieder fallen lassen. Ja, ich warte auch auf mich. Hiermit ausrichten. Ich dachte, ich hätte die Granate ausgewählt. Ich glaube, wir machen heute nur die Mission. Mann, hör doch mal auf, immer hier den Parkurläufer zu machen. Du sollst hier hoch. Nein! Scheiße! Oh, leck mich doch am Arsch! Die hätten mir mehr mitgeben müssen. Ach, du Spaß! Perfekt! Yay! Nein! Warum zieht der rüber? Huh! Das war knapp, Leute. Nein! Da war ein Tunnel! Woher sollte ich das denn wissen? Nein! Hilfe! Gehen wir hin! Nein! Das wollte ich doch nicht! Oh, war das knapp! Es ist so dunkel in diesen Clubs. Da weiß man nie, wo es rausgeht. Hey! Wo geht's hier raus? Kannst du mir eigentlich sagen, wie familienfreundlich geht das nicht? Sehr familienfreundlich. Oh. Nein! Fuck! Junge! Lass mich in Ruhe! Ja, ich hab deinen Truck getemoliert. Na und? Junge! Ich komm hier nicht mehr weg. Leck mich doch. Hallo! Ich mag Trevor nicht. Ist irgendwie unsympathisch, oder? Ich weiß nicht, ob der noch fahren sollte. Der hat viel getrunken. Alter, der Typ ist ja ein richtiger Freak. Dagegen sind die anderen ja noch richtig freundliche Typen. Hey, unlogisch. Ich hatte viel zu wenig Schwung. Viel zu wenig Schwung. Gehen wir in den Wagen herum, um herauszuhören, was du hier alles tun kannst. Ich glaube, so viel kann man da gar nicht tun. Pinkeln kann man da. Ich könnte mal den Abwasch machen. Das ist mal nötig. Ach du Scheiße, das sind hier viele Krabbelviecher. Ich glaube, den kann man gar nicht sympathisch finden. Stimmt, ich wollte mich im Kühlschrank umziehen. Ist der im Raum nebenan, oder was? Ja, der Chefkoch ist tot. Ach du Vollidiot! Spring doch nicht gegen die Wand! Und? Holy shit! Gratis? Am Sniper-Gratistag. Ja, es ist der Sniper-Gratistag. Hey! Oh, duuut! Was habe ich denn jetzt schon wieder hier verpeilt? Verkehrte Steuerung! Wie steuert man den Scheiß? Ich dachte, ich hätte kapiert, wie das Ding hochkommt, aber irgendwie habe ich es nicht kapiert. Ach, auf fünf! Auf fünf geht's hoch. Ah! Whee! Nach dem Checkpoint war es automatisch. Okay. Ich habe nur ein Problem. Ich habe das Ding nicht gesteuert. Ich habe nur ein Problem. Was? Was der Fick? Wie? Wieso? Kann ich nicht lenken? Junge, ich kann mich zum Scheiß nicht umgehen. Hä? Wie funktioniert das? Hä? Also, Tastatur-Gaming ist absolut nichts für mich. Ich bin richtig scheiße in Tastatur-Gaming. Also, ernsthaft? Affe, wie? Ich glaube, ich habe es kapiert. Ich habe es kapiert. Nein! Ich habe schon wieder F gedrückt. Der Klassiker. Warum mache ich das immer? Ich kann mit Tastatur einfach nicht spielen. Flight Simulator 2020. Let's go. Hä? Mit Leertaste? Oh, fuck! Ich wusste nicht, mit welcher Taste. Ah! Wie mache ich die Scheiß-Räder raus? Die habe ich auch noch komplett vergessen. Muss ich auf der Landebahn landen? Mann, ich bin gleich schon hier vorne gelandet. Ah! Was zum Fick? Ich kann doch einfach... Ich kann doch einfach da hinten hinfahren, oder nicht? Mann! Jetzt muss ich das nochmal machen. Na, was läuft denn hier für eine Musik? Das ist der falsche Radiosender. Raus aus dem Auto. Das ist der richtige Radiosender. Oh, ich dachte, das Schild gibt nach. Der Typ ist scheiße. Nein, nix. Ah, falscher Radiosender. Du Hurensohn! Lass jetzt das scheiß Radio an! Mann, ich verklag' dich! Du bist nachher schuld, wenn ich auf Twitch gebannt werde, du Wichser. Wichser, Alter. Hat der gerade meine Musik beleidigt? Ich habe einen Kojoten umgefahren, Alter. Der hasst meine Musik. Ich raste aus, Alter. Also, Trevor ist mir definitiv nicht sympathisch. Trevor ist ein Wichser. Ich hoffe, ihr hasst alle Trevor. Weil der Penner mag meine Musik nicht. Wie kann man das nicht mögen? Trevor ist ein korrekter Typ. Also, Party, so bekommst du kein VIP. Könnte meinen. Die wollen mich umbringen. Wahrscheinlich, weil ich die umbringen will. Als ob da nur noch ein Schuss drin war. Natürlich. Ich geh einfach rein. Der Spacko lebt noch. Ich dachte, er ist tot. Junge, ich kann nicht... Ich kann nicht immer in Richtung Gleichzeit hier spacken. Alter. Jetzt wird's schlechter. Ah! Ach, Junge. Das ist doch nicht wahr. Ich kam beim ersten Mal so gut durch. Und dann wurde's jede Runde schlimmer. Ich hab gesagt, eine Mission noch. Aber ich wusste nicht, dass ich jetzt noch zwei Stunden streamen werde. Scheiße. Ich hab doch im Tutorial beigebracht, wie man in Deckung geht. Der macht mich halt... Hier fähig geiles Pussy-Modus. Hier fähig geiles Pussy-Modus. Nein! Bitte sag mir, dass im Haus ein Checkpoint ist. Ja, hier ist ein Checkpoint. Ja! Ja! Danke! Oh, warte mal. Oh, ich muss hier Benzin hingießen. Warte mal. Ich hab... Ich hab gefailt. Ich muss hier Benzin hingießen. Ups. Brennen wir den Schuppen nieder. Mir geht's ganz gut, Moritz. Ich war heute auf Wohnungssuche. Und... Jo. Jetzt werde ich ein Haus anzünden. Fak-Pai gehört auch zu einer Spielerei, die ich noch nicht gespielt habe. Nein! Scheiße! Damn! Alter, was ist das denn? Gib mir das! Da bin ich ja zu Fuß schneller. Naja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ähm... Macht's gut. Äh... This music's all fucking wrong!